So moin Leute, das ist das erste Video vom Weihnachtsspecial. Hier findet ihr den ersten Buchstaben. Ganz wichtig ist aber noch zu sagen, dass ihr euch wirklich jedes Video vom Weihnachtsspecial angucken müsst. Denn die Buchstaben vom Lösungssatz kommen extra nicht in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wenn ihr den richtigen Lösungssatz zusammenbauen wollt, müsst ihr euch jedes Video angucken. Und die Buchstaben werden wie gesagt groß eingeblendet. Und ich werde auch in den Videos vom Weihnachtsspecial nicht reden. Das wird einfach ein bisschen Musik laufen. Und ihr müsst halt diesen Buchstaben suchen bzw. gucken wo dieser ist. Und am Ende, also am 24.12.2019 müsst ihr mit den Buchstaben den richtigen Satz bauen. Mir dann auf Instagram schreiben, der Link ist in der Videobeschreibung. Und am 25.12.2019 kommt dann die Auflösung von den Gewinnern vom Weihnachtsspecial. Beim letzten Video kamen nämlich einige Fragen. Und deshalb wollte ich das nochmal beantworten. Es ist wirklich ganz einfach. Jeden Tag kommt ein Video bis zum 24.12. Heute am 1.12. fängt es an. Jeden Tag ein Weihnachtsspecial Video. Ihr müsst es euch angucken, den Buchstaben finden. Ihr schreibt euch am besten die Buchstaben alle auf einen Zettel. Und danach müsst ihr dann gucken, welchen Satz ihr dann damit bilden könnt. Und so einfach könnt ihr dann mitmachen. Ich würde auch sagen, das war es schon vom Video. Das ist doch das einzige Video vom Weihnachtsspecial, was kommentiert ist. Also daran erkennt ihr das Weihnachtsspecial Video. Falls mal ein anderes kommen sollte nebenbei, also ein zweites Video, dann wisst ihr, die unkommentierten sind auf jeden Fall das Weihnachtsspecial. Und da müsst ihr dann den Buchstaben suchen. In keinem anderen nur am Weihnachtsspecial. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Einen frohen, schönen und weiterhin gesunden ersten Advent. Und viel Glück morgen in der Schule. Ich bin raus. Haut rein. Und ciao Leute.